Was? Ganz ehrlich, wenn man die Musik rausediziert, dass man keinen Kumpel weiterkleben kriegt... Oh je, jetzt will er ein Minderjähriger tanzen lassen. Oh je, er will Fanboys tanzen lassen. So, wo? Oh je. Schau mal in die Augen. Okay. Aber von hinten. Oh je, da ist Fanboy awesome. Boah, du hast Bestiektive verpasst. Ja okay, gut, da muss ich noch einmal hinschauen. Ich geh jetzt. Noch. Okay, musst noch einmal hinschauen. Ja, ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Hahaha. 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 or something so famous. Hahaha. 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 apa